Ich dachte eigentlich, das soll das ausgeklügelste Sicherheitssystem der Welt sein. Vera wird nicht den ganzen Tag sein. Behalte euch. Schluss damit. Ist die Satellitenverbindung bereit? Natürlich. Bist du sicher, dass das Ziel hier ist? Oh, sie ist hier. Keine Frage. Okay, ich kann fragen. Ich kann es kaum erwarten, dass diese Inspektion vorbei ist. Sombra, Tür. Sombra. Ich bin in Position. Sombra, Zeit bis zum Ziel? Ziel nähert sich. Vorsitzender Wolfskaya, die neuen Lenksysteme werden bei der Vernichtung der verhassten Omnics entscheidend sein und... Lieber auf ihrem Zeitplan legen. Das Omnium wartet mit ihrem nächsten Angriff nicht, bis wir bereit sind. Unsere ersten neuen Mechs seit zehn Jahren. Damit ist die Zukunft Russlands gesichert. Nur noch ein paar... ...wenige... ...Zentimeter. ...der Herr. Ja, wo ist Neuer? Weg hier! Was? Herr Omega, halt die Stellung. Wir übernehmen. Zombra, ich habe hier ein Problem. Jetzt liegt's an dir. Bin schon dabei. Sie entkommt! Voltaia. Das ist's für ein Problem. Hör auf dem, derGS grünen. Im drin drei. Sombra, Status. Bin beschäftigt. Wo ist sie hin? Findet sie! Katja Volskaya. Du hast keine Ahnung, was es mich gekostet hat, dieses Treffen zu arrangieren. Relaxate, ich werde dich nicht töten. Schließlich habe ich den Alarm ausgelöst. Sombra, Status. Ist das Ziel ausge... Okay, hör zu. Ich bin als Freundin gekommen. Ich zeige dir, was ich gefunden habe. Sag mir, was würden die Menschen in Russland wohl sagen, wenn sie erfahren, dass ihre Kämpferin gegen die Omnix... ... ihre Technologie direkt vom Feind präsid. Was würde das wohl für die Zukunft Russlands bedeuten? Was... ... wollen sie? Die mächtigste Frau Russlands? Ich wollte schon immer so eine Freundin haben. Also habe ich mir gedacht, ich verbreite diese Bilder nicht auf jedem Holowit der Welt. Und du hilfst dafür deiner neuen Freundin ab und zu aus. Was meinst du? Die Uhr tickt, Amiga. Als ob ich eine Wahl hätte. Und was jetzt, Freundin? Ich melde mich. Boop. Mission gescheitert. Ziel entkommen. Zurück zum Schiff. Wissen Sie, warum Sie hier sind? Wissen Sie, warum Sie hier sind? Wissen Sie, warum Sie hier sind? Hm. Ich habe so eine Ahnung.